Janina, Janina Sophie, okay, meine sehr verehrten Herren, die ihr euch vielleicht so in der Altersklasse um zehn Jahre bewegt, wenn ihr anwesend seid, seid vorsichtig. Wenn sich mal eine vorstellt und Janina Sophie heißt, nehmt reiß' aus. Das kann nicht gut gehen, die Frau ist halt jetzt schon so dominante Anlagen, ja. Da bleibt euch nur der Suff oder die Flucht ins Spielmanns-Dasein und jetzt wisst ihr auch, wie ich zu meinem dunklen Charakter gekommen bin. So, und ähm, bei dieser dramatischen Abmoderation ist es ernst gemeint, wie alles hier oben, wir sind nicht zum Spaß hier, ja. Und wenn wir lachen, links sind wir da dran, dass die Haut zu eng wird. So, verabschieden sich von euch die unglaublich gut aussehenden, die wohlwieschenden, die immer überall und allzeit potenten Spielleute von Salta Show. Heute. , Hause. ť.